Es gibt jede Menge Produkte, die für Locken gekennzeichnet sind. Aber sind sie deshalb auch besonders gut für Locken geeignet? Oder gibt es nicht vielleicht auch Produkte, wo gar nicht draufsteht und wo gar nicht zu erkennen ist, dass die sehr gut für Locken sind, die vielleicht sogar viel besser wären? Hm, schwierige Frage. Um das Ganze abzukürzen, ich habe ein paar Produkte herausgesucht, die ich euch für eure Lockenroutine empfehlen kann und die stelle ich euch jetzt vor. Herzlich Willkommen! Überall, wo draufsteht, besonders für Locken geeignet, ist wohl auch ganz gut für Locken geeignet, oder? Na, ganz so einfach ist es nicht, weil einige Serien, einige Hersteller haben Inhaltsstoffe mit zugemischt, die man bei so einer Lockenroutine auf jeden Fall nicht empfehlen sollte. Und nur weil das Produkt halt für Locken beworben wird, von wegen Fülllocken und endlich eure Lockenpracht bändigen etc., heißt das nicht, dass es auch wirklich für eure Naturlocken und für euren Look besonders gut geeignet ist. Produkte, die besonders gut für lockige Haare geeignet sind, sollten vor allem keine Stoffe enthalten, die das Haar schwer machen und herunterzieht, wie zum Beispiel Silikone, Parabene oder auch andere filmbildende Stoffe. Auch auf Sulfate sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. Zum Glück gibt es mittlerweile schon einen Markt dafür und eine ganze Auswahl an Produkten, die das alles mit sich bringt. Vor ein paar Jahren war das noch eher eine Wüste in dem Bereich. Man kann also schon sehen, es geht in die richtige Richtung und es verbessert sich stetig. Und die Hersteller haben gesehen, was nachgefragt wird. Natürlich auch, weil online darüber eine ganze Menge publiziert wird mittlerweile. Aber was ist denn nun alles nötig, um vernünftig Locken zu reinigen, zu pflegen und in Form zu halten? Also zuallererst mal brauchen wir zum Reinigen ein Shampoo. Dann brauchen Locken auch viel Feuchtigkeit. Dafür ist dann ein Conditioner notwendig. Und einige, die vielleicht schon mal andere Videos von mir gesehen haben, werden jetzt denken, hm, Conditioner, hat doch in den Videos gesagt, man braucht gar nicht einen Conditioner oder so. Ja, ich rate auch nur eingeschränkt dazu, aber ich habe viele Kommentare von euch wieder zurückbekommen unter meinem letzten Locken-Video, dass wir ohne Conditioner gar nicht so richtig klarkommen. Darum habe ich das einfach mal hier in das Video mit aufgenommen, dass wir auch Conditioner verwenden bei lockigen Haaren. YouTube ist ja auch ein soziales Netzwerk und wir lernen voneinander. Und zu guter Letzt zum Formen während des Trocknen und Zerlocken brauchen wir noch eine Lockencreme oder eben auch ein Haargel oder ein ähnliches Produkt. Ja, fangen wir am besten gleich mal an mit den Shampoo-Boost. Da habe ich euch zum einen mal das Canto Cleansing Cream Shampoo herausgesucht und auch noch das Be Curly Shampoo von Aveda. Das Canto Cleansing Cream Shampoo kommt an einer relativ großen Flasche daher, die nicht nur groß wirkt, sondern auch mit 400ml Inhalt auch für den Preis eine ganze Menge an Produkt bietet. Wenn man die Flasche öffnet, merkt man gleich, es duftet schon sehr aufdringlich. Irgendwie so ein Pina Colada-Cocktail-Duft. Ich denke weniger an Shampoo als an einen schönen Cocktail mit kleinem Schirm und einer Frucht an der Seite am Glas dran. Das Shampoo fühlt sich so sehr, sehr cremig an beim Auftragen. Fast schon wieder so ein bisschen wie so ein Conditioner, aber es lässt sich trotzdem sehr gut verteilen und auch ganz leicht wieder ausspülen. Es schäumt jetzt nicht allzu sehr, aber das ist natürlich bei Shampoos, die auf künstliche Sulfate verzichten, kein Wunder. Es reinigt die Haare ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Sulfate, ohne Tierversuche. Riecht relativ künstlich, aber es macht das Haar schön weich und fluffig. Und genau das ist alles, was ich für ein Shampoo erwarte, das für lockige Haare geeignet ist und auch für die Curly Girl Methode gut zu verwenden ist. Auf der anderen Seite das Be Curly Shampoo ist wieder ein frisör-exklusives Produkt von der Marke Aveda. Das sieht man auch schon gleich am Design der Flasche und am wirklich hervorzuhebenden Duft, der sehr angenehm ist. Und es sieht sehr hochwertig aus, wirkt sehr hochwertig und duftet auch sehr hochwertig. Ich bin ein großer Fan der Düfte von Aveda. Ich habe meine Ausbildung in einem Salon angefangen, der mit Aveda gearbeitet hat. Und ja, habe es eigentlich immer genossen, dass die Shampoos und generell die Produkte so einen angenehmen und wirklich markanten Aveda-Duft haben. Das Shampoo scheint auch wieder sehr wenig, was für frisör-exklusive Produkte ja auch nicht unbedingt so typisch ist. Es reinigt die Haare aber ausreichend und ist zusätzlich auch noch sehr ergiebig. Also auch wenn das jetzt eine deutlich kleinere Abfüllung ist für mehr Geld, kommt die trotzdem sehr lang damit aus. Es verleiht dem Haar Glanz, Vitalität und Kraft, lässt es auch noch schön duften und ist wieder ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Sulfate. Also auch wieder perfekt für Locken geeignet. Was will man mehr von einem Shampoo? Gerade die B-Curly-Serie von Aveda ist für Naturlocken die beste Serie, die es von frisör-exklusiven Anbietern so ein bisschen gibt, meiner Meinung nach. Ich habe das momentan bei mir auch wieder im Laden, wenn ich Kunden mit lockigen Haaren wasche, obwohl ich in meinem Laden nicht mit Aveda-Produkten arbeite. Bei lockigen Haaren ist es besonders empfehlen, einen Conditioner zu benutzen, da lockige Haare schneller zu Trockenheit neigen als andere Haartypen zum Beispiel. Außerdem lassen sich lockige Haare auch noch gut mit einem Conditioner waschen. Das nennt man dann Co-Wash, dass man quasi kein Shampoo benutzt, sondern nur den Conditioner, um die Haare zu waschen. Da ich persönlich keine Locken von Natur aus habe und meine Kunden, die Locken haben, hier im Salon nur alle anderthalb Monate die Haare wasche, habe ich jetzt keine praktischen Erfahrungen bezüglich Co-Wash. Da möchte ich jetzt in diesem Video darüber gar nicht urteilen. Man kann halt nicht alles wissen und ich sage nur, dass das möglich ist, auch die Haare ausreichend zu pflegen und zu reinigen, wenn ihr sie mit einem Conditioner wascht, das sogenannte Co-Wash. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Firma Utrekram aus Dänemark kommt und sehr gute Produkte auf dem Markt hat, wie zum Beispiel den Intense Moisture Conditioner mit Lemongrass und Aloe Vera. Dieser wird sehr häufig für die Curly Girl Methode empfohlen und ist zum Beispiel auch zum Co-Washen geeignet. Was vermutlich daran liegt, dass er sehr gute ausgewählte Inhaltsstoffe hat, wie zum Beispiel auch noch Lemongrass und einen hohen Aloe Vera Anteil. Der Conditioner kommt in einer typisch nordisch minimalistisch designten Tube daher. Er duftet dezent nach Lemongrass und es duftet relativ frisch, aber es verbleibt nicht zu lange im Haar. Für alle die, die eher natürliche, dezente Düfte mögen, ist das deshalb auch die richtige Wahl. Er macht die Haare sehr schön geschmeidig, ohne sie zu beschweren und ist auch ein echter Allrounder. Man kann ihn sowohl als normalen Conditioner benutzen für das Co-Wash, wie ich schon sagte, oder halt einfach auch nur in geringen Dosen als Leave-In-Produkt, was man hinterher nicht mehr ausspült. Auch die Marke Faith in Nature ist für gute Produkte bekannt. Ich habe mich bei der großen Auswahl, die sie an Conditionern haben, für den Grapefruit & Orange Conditioner entschieden. Der duftet sehr fruchtig frisch, aber nicht zu künstlich und es ist ein bisschen abwechslungsreich, wie ich finde. Mal ein bisschen fruchtiger, sommerlicher Duft, aber halt nicht zu sehr Karibik und Cocktail-Pinaculada-mäßig oder Kokosnuss oder was es so für typische Lockendüfte gibt. Die Flasche ist auch wieder recht groß und mit 400ml bekommt man auch wieder ein bisschen was geboten für sein Geld, wie ich finde. Außerdem finde ich, dass Flaschen mit einem Spender obendrauf besser geeignet sind, um Conditioner zu dosieren als zum Beispiel Tum. Der Faith in Nature Grapefruit & Orange Conditioner ist auch wieder sehr gut für die Curly Girl Methode geeignet, da er frei von Silikon, Paraben und anderen unverträglichen Stoffen ist und er eignet sich auch ebenso gut auch wieder für das Co-Washing, auch wenn es nirgendwo auf der Flasche vermerkt ist. Wie ich schon sagte, es steht nicht immer drauf für Locken geeignet und trotzdem können die Produkte sehr gut für Locken geeignet sein. Im Gegensatz dazu gibt es auch sehr viele Produkte, die für Locken geeignet sind, wo Silikone, Parabene, Filmbildner, Weichmacher sind, die eigentlich nichts für eure Locken tun. Was auf der Verpackung aber draufsteht, ist, dass er für normales und fettiges Haar geeignet ist. Da wird sich jetzt der eine oder andere vielleicht fragen, ja, aber ich habe ja eigentlich bei Locken relativ selten das Problem, dass sie fettig sind, sondern eher, dass sie trocken sind und ich Feuchtigkeit brauche. Das ist richtig. Locken neigen nur sehr, sehr selten dazu, wirklich fettig auszusehen, wenn man zu viel Conditioner aufträgt. Aber gerade wenn in Conditionern viele Fruchtextrakte wie zum Beispiel Grapefruit oder Orange oder auch Öle enthalten sind, dann kann es zum Problem werden, wenn man zu viel und man braucht für Locken viel Conditioner nimmt, dass sie dann doch eher, ja, zu beschwert sind, die Locken unter und runter hängen. Da dieses Produkt für, ja, eher fettige Haare geeignet ist, oder wurde darauf geachtet, dass da nicht zu viele Stoffe drin sind, die die Haare irgendwie erschweren und irgendwie so einen Film bilden. Daher ist es relativ schwierig, bei lockigen Haaren mit diesem Conditioner zu viel zu dosieren. Ihr könnt quasi davon, braucht keine Angst haben bei dem Conditioner, dass ihr dafür zu viel in die Haare reinschmiert, um es mal salopp zu sagen. Der nächste Schritt in der Lockenroutine ist das Trocknen, beziehungsweise vorher das Formen der Locken. Dazu habe ich auch zwei Produkte rausgesucht. Zum einen einmal die Coconut Curling Cream, natürlich von Cantu, und dann die Alverde Repair Haarbutter. Eine Haarbutter für Locken? Ja, warum eigentlich nicht? Denn diese erfüllt alle Voraussetzungen, die man für Locken braucht. Sie fühlt sich schon gleich am Anfang von der Konsistenz sehr ähnlich an wie andere Lockencremes. Da sieht man jetzt auch beim Fühlen und beim genauen Hinsehen gar keinen großen Unterschied. Die Haarbutter duftet sehr zurückhaltend, so ein bisschen nach Butter und so ein bisschen nach Avocado, aber schon größtenteils mehr wie so eine normale Haarkur halt. Sie ist vom Produkt her sehr ergiebig und man bekommt mit den 200 Millilitern, die angeboten werden, sehr gut aus, wie ich finde. Man kann die Haarbutter im nassen Zustand in die Haare geben, man kann sie als Haarkur nehmen, die man hinterher wieder ausspült, oder halt auch im trockenen Zustand in die Locken wieder reinkneten. Sie ist auch ein echter Allrounder und ist ja auch kein Produkt, das jetzt nur für Locken geeignet ist. Also die Haarbutter von Alverde empfehle ich schon seit vielen Jahren an all meinen Kunden und bisher hat noch keiner gesagt, nee, ist nix. Könnt ihr eigentlich immer bei euch im Bade stehen haben und für viele Anwendungen gebrauchen. Die Coconut Curling Cream von Cantu wiederum duftet wiederum sehr nach Karibikurlaub, nach Cocktails, nach sehr, sehr künstlicher Duft, den so Cantu Produkte haben. Ich finde, das ist immer sehr Geschmackssache. Der bleibt zum Glück nicht die ganze Zeit über am Haar, während ihr damit arbeitet und noch ein bisschen länger, wirkt der Duft schon noch nach. Muss man mögen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass sie sich relativ schwer entnehmen lässt aus der Tuba. Also ich habe dann, man muss schon richtig reingreifen, um wirklich Produkt in den Händen zu haben. Sie lässt sich auch in den Händen dann sehr schwer verteilen. Ich würde euch deshalb empfehlen, von der Seite mit dem Nagel ein bisschen was rauszunehmen und dann in den Fingerspitzen das Produkt zu verteilen. Das Gute ist, dass es sich im Haar wiederum, gerade auch im feuchten Haar, relativ gut verteilen lässt. Also das ist nicht so, dass es an einer Stelle dann sehr deutlich verklumpen würde. Auch wenn sie sehr, sehr künstlich riecht und sich sehr schwer anfühlt, hinterlässt sie weder einen Film, lässt sich in den Haaren sehr gut verteilen und die Locken lassen sich damit sehr gut definieren. Ich würde euch bei dieser Art von Produkten immer empfehlen, eine mittelgroße Menge, sagen wir mal so ein 2 Euro Stück große Menge, nach dem Frottieren der Haare ins feuchte Haar reinzukneten. Dann, wenn die Haare ja schon so halbtrocken sind ungefähr, nochmal ein bisschen was in die Längen nachzuverteilen und zum Abschluss, wenn die Haare dann trocken sind, nochmal eine kleine Menge zu nehmen, um die Locken zu definieren und noch ein bisschen Feuchtigkeit in die Längen und Spitzen zu geben. Das ist so die, meiner Meinung nach, ideale Möglichkeit, wenn ihr die Zeit dafür habt, wie diese Produkte am besten verwenden könnt. Wenn ihr noch mehr Festigung für eure Locken möchtet oder ihr kürzere Haare habt und die stärker definiert sein sollen, dann ist Haargel auch immer eine gute Empfehlung, dass ihr dann in die feuchten Haare noch mit dazu gebt. Dazu finde ich das Stylinggel von Sante ganz gut geeignet, weil es von Innerschaft auch wieder das alles erfüllt, was Locken brauchen und auf vieles verzichtet, was wir nicht haben wollen. Und das ist ja bei Haargel gar nicht so einfach zu finden, da Stylingprodukte immer, ja, krasse Chemiebomben meistens sind, die das Haar verkleben. Das Stylinggel von Sante wiederum lässt sich sehr gut ins Haar einarbeiten, sehr gut verteilen, auch ins feuchte Haar, ohne dass die Haare dann verkleben. Es hat jetzt nicht so den Extremhalt, aber meiner Meinung nach ist es für Locken gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es nicht verklebt und dass es sich gut verteilen lässt und dann habt ihr schöne definierte Locken. Ihr könnt es dann am besten ins noch feuchte Haar einmal reingeben und hinterher vielleicht nochmal dann in die Längen und Spitzen an der einen oder anderen Stelle, wo ihr noch so ein bisschen mehr Festigkeit benötigt. Hinterher noch Haarspray rüber. Nein, um Gottes Willen, das war bloß Scherz. Kein Haarspray verwenden bei Locken. Damit verklebt ihr alles, die Locken werden noch trockener und dann könnt ihr euch diese ganze Routine sparen. Also bei Locken Haarspray bitte weglassen. So, jetzt würde mich an der Stelle nochmal interessieren, was ihr für Erfahrungen mit den von mir genannten Produkten habt oder welche Produkte ihr mir noch empfehlen könnt. Schreibt mir das bitte mal wieder unten in die Kommentare und ich bin jetzt schon gespannt, was da wieder für Erfahrungsberichte von euch kommen. Und so haben wir einen schönen Austausch hier auf dem Kanal und darum soll es ja gehen, weil YouTube ist ja auch ein soziales Netzwerk und nicht nur ein Fernsehkanal. Und ich bin auch immer gespannt, was ihr mir unten reinschreibt, damit wir das hier auch wieder aufnehmen können und dazu vielleicht auch mal wieder Videos kommen. Ich sage wie immer vielen Dank für euer Interesse und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.